Einfach ein bisschen unskool wirkt, weil er da einfach so viel Power auf der Hinterachse gar nicht damit klarkommt. Aber, ja, heute holen wir uns wieder ein neues Auto und ich scheiße auf eure Meinung. Nein, Spaß, das klingt jetzt ein bisschen asozial. Äh, nee, ähm, positiv scheiße ich auf eure Meinung. Es ist wieder ein neuer DLC rausgekommen und da dachte ich mir, zeige ich doch zum Beispiel zwei Autos, die auf diesen DLC relativ geil finden. Dann fahren wieder fünf oder sechs Autos drin und zwei Autos feiere ich aus diesem DLC doch sehr, sehr, sehr.